Ich glaube, ich brauche sogar noch einen Mönch mehr. Die Delegation der Inquisition hat den Boden der ewigen Stadt betreten und zieht dem nördlichen Friedhof entgegen. Es geht keine Zeit zu verlieren. Entsendet Pater zur Konklave, die sich als Inquisitore ausgeben und die Warte um Gunsten manipulieren. Das wäre die Konklave hier? Nee. Äh. Ach, hier. Neun Stück brauchen wir dafür. Wie schade. Niemand hat mehr Geistliche für eine Technologie geboten als ihr. Okay. Wie viel brauchen wir? Fünfzehn. Sieben. Also noch acht und drei. Acht und drei und neun Pater. also noch acht und drei. Und dann haben wir noch eine Technologie geboten. Zu das ist nicht. Der wir noch nachher war. Dann passiert ein paar Achtung. Zudem haben wir mehr als genug Bier und Nahrung. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich habe mich verrechnet wieder. Schaffbar, wenn auch sehr knapp. Vorausgesetzt, das Essen geht direkt in die Kirche jetzt. Also wenn er das jetzt nochmal überbietet, die Legation ist am nördlichen Friedhof angekommen und mit dem Sermon der Gebete beschäftigt, beeilt euch bei der Ausbildung eurer Pater. Ja, da sind wir doch gerade fertig geworden. Also ja, er sagt... Können wir hier den Verlauf angucken? Unser Erfolg auf den Gebete und Kultenwissenschaften ist nicht unbemerkt geblieben. Großinquisitor Karibivor ist Rasenverwut. Er hat an der Universität eine Konklave einberufen, um die Erforschung des Unbiotismus Einhalt zu gebieten. Und er wird die Wahl nicht dem Zufall überlassen. An der Universität wird eine Dedikation von Inquisitoren erwartet, die in Kürze im Hafen der ewigen Stadt einlaufen wird. Sie werden einige Zeit benötigen, bis sie die Universität erreicht haben, da diese frömmenden Heuchler vorhaben, jeden der Dalfethöfe der Stadt zu besuchen. Wir müssen uns diese Bigoterie zunutze machen. Ihr sollt einige von eurer Pater zur Konklave entziehen. Ihr müsst sich als Inquisitoren ausgeben, um die Wahl zu unseren Gunzen zu manipulieren. Wenn ihr ein Verbot der okkulten Wissenschaften verhindern wollt, müsst ihr schnell handeln. Die Dedikation der Inquisition hat den Boden der ewigen Stadt bedreht und zieht den nördlichen Friedhof entgegen. Es geht keine Zeit zu verlieren. Ja. So, da senden wir die mal. Und was wollt ihr eigentlich? Nichts mehr, hä? Die Quest ist weg. Die Quest hätten wir noch. Zehn, fünf. Und ja, wir haben die Technologie gekriegt. Also, zehn Novizen. Fünf von denen. So. Für unseren Punibert noch zwei Kanonen. Für dich. Sechsundzwanzig. Acht Kanonen. Stimmt das? Ja. Ja. Ja, also die Mahe zur Konklave wird jetzt manipuliert. Die Geistlichen sind jedenfalls unterwegs da. Und hier können wir für etwas mehr Gold sorgen. Tatsächlich, da wir so viel Nahrung haben. Wer verbraucht denn eigentlich alles bessere Verpflegung gerade? Ihr zwei? Ihr zwei jetzt? Ja, das würde so gerade gut passen. Alles andere ist normale Verpflegung. Und von der haben wir mehr als genug. Wir könnten uns eigentlich gleich noch einen Mitzker machen. So viel Fleisch, wie wir reinkriegen. So, jetzt haben wir erst mal die Möglichkeit, ein paar Klamotten zu... Was machen denn meine Handelsrunden eigentlich? Ja, wie gesagt, die Möglichkeit, ein paar Klamotten zu verkaufen. Weiß nämlich gerade gar nicht. Wir haben zwei Kaufen, ja, genau. 3, 1. So, da kommen die Geistlichen langsam für die Konklave. Und da wird bereits alles eingelagert, was wir brauchen. Die Delegation ist am Westingfrieddorf angekommen. Ihr solltet euch bei der Ausbildung am Partner nicht mehr allzu viel Zeit lassen. So. So. Eine neue Handelsruktion ist vertreten. Ihr wart erfolgreich in der Erfüllung einer Quest. Heureka, mit der Hilfe eurer Pater hat sich die Konklave für den Freien und Ungleichen geschränken Gebrauch des Okkultismus ausgesprochen. Dies ist ein unglaublicher Berichtbuch in der Geschichte der Wissenschaft und ein herber Rückschlag für die Inquisition. Die Universität wird euch und Lucinda im Kampf gegen den Kompass im Feisitor Carbivor unterstützen. Ja, Okkultismus für jedermann. Kann ich die eigentlich irgendwo einsehen, die Achievements? Nö. Ich kann mir allerdings hier ein paar Klamotten mal holen. Oh, du. Die reißen wir mal ein. So, da kommen Kanoniere. Jetzt haben wir etwas Geld. Oh, machen wir gleich nochmal Geld. So, jetzt sind wir hier unten. Fisch gegen Gold. Hm. Geben wir erst wieder hier hoch. Ich habe zwei Kaufbänner. Ach, erhöhen wir mal auf vier. Ja, und Weizen kriegen wir jetzt auch wieder genug. Durch die zusätzlichen. Da kriegen wir das Geld, was wir brauchen, um, wie viel brauchen wir, zwölf Werkzeuge zu kaufen. Das heißt also sechs. So, vier, zwei, eins. Also vier, zwei, eins. So, den Rektor haben wir jetzt komplett auf unserer Seite. schon mal etwas. Ach ja, das wollten wir auch machen. Die senden. Hoffen wir, dass wir dann auch gleich einen General mit dazu kriegen. Und ja, es sieht halt wirklich so aus, dass wir jetzt das Holzfällerlage nicht mehr brauchen, weil wir uns ja mit nur Cinder verbündet haben. Entweder das oder... ...werden es für was anderes gebraucht. Und ja, die Schatz-Ese sind mir dann halt auch noch interessant. Und ja, die Schatz-Ese sind mir da gemacht. Aber es geht darum. Und wir haben hier noch einen Schatz-Ese. Das geht so aus. Und wir brauchen. Aber er habe das Gefühl, wie ist das Ding? Und das ist wirklich, es hilft, es hilft, es heilten. Die Schatz-Ese sind ja. S everything. Und jeder ist es hilft, es hilft, es heilt. und das hilft, es hilft, es hilft. So, haben wir eigentlich noch irgendein Territorium, was noch nicht stein befestigt ist? Nein. Wir haben leider nur... Warte, die Forschung haben wir. Die haben wir noch nicht. Die Degregation des Inquisitors ist bereits im südlichen Friedhof vorgedrückt. Wenn Europater nicht sofort erzählt, werden sie die Universität nicht vor den richtigen Inquisitoren erreichen. Ja, das ist eigentlich ja schon passiert. Ich hoffe mal, dass es nicht verpackt ist. So, unsere Kanonen sind unterwegs. Unsere Geistlichen für die Musketen sind auch unterwegs. Wenn wir dadurch eine dritte Armee kriegen, wäre das ja nicht schlecht. So, die Hämmer haben wir, die wir brauchen. Wir haben eigentlich alles. Also kommen wir uns als nächstes da drum. Sehr gut. Eure Kaufleute haben einen neuen Handelsaußenposten errichtet. Ja, sehr schön. Wieder 4-2-1 für den nächsten. Wir sind jetzt hier mit... Da kommen die Mönche an für die Musketen. Da kommen die Mönche an für die Mönche an für die Mönche an für die Mönche an.